Ja, ist in Ordnung. Ja, nee, nee, das braucht mich. Das ist eine Frage, wie wir es gehen. Ich zeige euch alle zehn Minuten. Genau. Ja, so ist das heute in diesem Konfirmationszeitalter. Also, dieses macht Zeitalter, wo man viel redet. Da gibt es ja so viele Dinge. Handys, Smartphones, Tablets. Und dann habe ich noch was gehört vom iPhone. Da dachte ich, was ist mit einem iPhone? Da dachte ich, iPhone, von Ei. Könnte ein Handy in Form von Ei sein. Und er dachte, ich wachs deinen Sohn. Dann habe ich gefragt, na Tobias, sag mal, was ist denn ein iPhone? Ach, sagt der Vater, ganz so einfach. Ein iPhone, das ist sowas wie ein Smartphone, nur von Apple. Ich sage, von Apple? Ich sage, das ist aber praktisch. Wenn es mal kaputt ist, essen könnte, wird man es nicht, aber bestimmt kompostieren. Ja, oder was anderes, wenn man eine Frau, ein Koblenz, wollte ich einen Kochtopf kaufen. Kommt abends heim, sagt sie, du, ich bin die ganze Zeit in der Stadt rum, ich wollte mal einen Kochtopf mit E-Mail kaufen, nur Edelstahl, nur Edelstahl. Aber da musste ich wundern, E-Mail, nicht mehr für Kochtöpf, sondern für elektronische Post. Ja, so geht das. Und jetzt habe ich mal so ein Lied gemacht, so ein Ablauf, wie so ein Besuch ablaufen kann. Und ich habe gedacht, ihr solltet jetzt mal gut aufpassen. Ich werde euch nämlich am Schluss eine Frage stellen. Und wenn ihr die falsch beantwortet, habe ich mir auch eine Strafe aufgedacht. Dann müsst ihr das Lied nochmal anhören. Ja, dann wollen wir mal langsam zum Anfang kommen. Ich habe Handy, ich habe Laptop, ich habe Smartphone in Besitz. Ja, ohne diese Dinge, wisst ihr heute doch einfach nix. Ich habe Handy, ich habe Laptop und ich habe auch ein Smartphone. Ja, alle diese Dinge, die gehören zum guten Ton. Es ist Mittag und es klingeln an der Tür. Es ist der Peter, es ist am Laptop und er will zu mir. Doch bevor er guten Tag sagen kann, klingelt sein Handy und es ruft ihn jemand an. Ich habe Handy, ich habe Laptop, ich habe Smartphone in Besitz. Ja, ohne diese Dinge, bist du heute doch einfach nix. Ich habe Handy, ich habe Laptop und ich habe auch ein Smartphone. Ja, alle diese Dinge, die gehören zum guten Ton. Er schreitet hörend durch den Wohnungskorridor. Kommt ins Zimmer mit dem Handy an seinem Ohr und so geht es eine gute halbe Stunde. Er schaut ins Nichts und nicht zur Kaffirunde. Ich habe Handy, ich habe Laptop, ich habe Smartphone in Besitz. Ja, ohne diese Dinge, bist du heute doch einfach nix. Ich habe Handy, ich habe Laptop und ich habe auch ein Smartphone. Ja, ohne diese Dinge, die gehören zum guten Ton. Nun ist er fertig und er sitzt am Tisch dabei. Da fällt ihm ein, er hat eine Auktion bei eBay. Mit seinem Laptop, lockt er sich dann sofort ein. Denn er möchte nicht der User sein. Ich habe Handy, ich habe Laptop, ich habe Smartphone in Besitz. Ja, ohne diese Dinge, bist du heute doch einfach nix. Ich habe Handy, ich habe Laptop und ich habe auch ein Smartphone. Ja, ohne diese Dinge, die gehören zum guten Ton. Nachdem er seine Sache dann ersteigert hat, ist der Kaffee kalt und der Kuchen hart. Er muss jetzt gehen, denn es ist schon spät. Er fragt nur schnell, wie es uns denn geht. Ich habe Handy, ich habe Smartphone, ich habe Laptop und ich habe Laptop im Besitz. Ja, ohne diese Dinge, bist du heute doch einfach nix. Ich habe Handy, ich habe Laptop und ich habe auch ein Smartphone. Ja, ohne diese Dinge, die gehören zum guten Ton. Und jetzt noch eins. Nun geht es ganz ruckzuck. Er geht ins Internet, zu Facebook. Und dort trägt er schnell noch etwas ein. Ja, was denn? Der ist super schön, bei Familie Klein. Das ist super schön, bei Familie Klein.